Willkommen zu einer neuen Runde Tramsim eine sehr ungeplante Folge heute habe ich nicht geplant eine Folge Tramsim heute zu machen weil es erfordern aber nun mal die äh aktuellen äh die aktuellen Neuigkeiten erfordern zur Folge und zwar gab es auf der bei EgoSoft Nextim nämlich ein äh ein paar Neuigkeiten und deswegen werden wir heute mal eine Runde eine wilde Runde gefahren wir werden heute nicht ein Anhaltungsstück halten wir werden auch eine kleine Express-Tabino fahren und wir werden heute auch ein bisschen anders fahren als der Simulator vielleicht der Simulator vielleicht Bock hat so und währenddessen erzähle ich euch warum das so ist und äh was da denn genau angekündigt wurde so jetzt warten wir hier gerade nochmal weil hier vorne ist das Signal rot Karl Theodorstraße so mit einer Anhaltung der Karl Theodorstraße weiß ich noch nicht mal gut hä warum er selber hä ich meine gar keinen Sinn ja also dieser Farben an ist auch eigentlich völlig für den Arsch also macht schon Sinn ok mhm genau ich habe nämlich ein kurzes kleinen 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 Clip abgesehen von den äh 300 Stunden äh City Driver über die da geredet wurde ähm es gab auch noch einen kleinen Clip zu äh zu Tramsim was da Neues gibt und zwar gibt es ein paar Kleinigkeiten gibt es tatsächlich überraschenderweise wir haben auch lange genug gewartet wir hätten noch mehr sein können aber wir wollen ja jetzt nicht übertreiben ne ähm und zwar fangen wir mal harmlos an es wird in Zukunft einen Passagiermodus geben für Tramsim da ist grün jetzt steht ja natürlich 100 Autos auf der Kreuzung ist natürlich richtig praktisch mhm es wird einen Passagiermodus geben für Tramsim ich sag's euch Leute echt eh mhm eben für Wien und München dann könnt ihr eben als Passagier auch mitfahren also wahrscheinlich ähnlich wie ein Slender World gehe ich mir davon aus ich stehe mir vorne in der Carl Theodorstraße halten wir mal eine Runde wo halten wir vielleicht doch eine Runde ich würde sagen halten wir eine Runde nicht aber da vorne fährt noch ein anderer Tram von daher müssen wir uns vielleicht doch halten weil wir können ja einfach direkt nachher fahren gar kein Problem ja wobei die fährt nicht ja okay da steigen die Leute noch ein wir fahren jetzt direkt nachher komm mhm genau Passagiermodus habe ich gesagt ähm ich dann wurde auch angekündigt ein neues Fahrzeug und dann die QPLH das ist so ein kleines was ist das Abschleppfahrzeug ich weiß nicht genau was es darstellen soll zumindest als KI-Fahrzeug wird es eben Klinisstraße wie knapp war das naja geht noch ok mhm genau als KI-Fahrzeug eben ich weiß gar nicht das habe ich jetzt nicht ganz verstanden ob das als DLC geliefert wurde als Kosten oder Inhalt weil es handelt sich dabei ja lediglich um ein KI-Fahrzeug weil es handelt sich dabei ja lediglich um ein KI-Fahrzeug also das weiß ich nicht das müsste ich nur meine Erfahrung bringen ne jetzt leute ich ne jetzt leute echt ne das gibt ein Crash ja ich das war von Absicht weil ähm aus dem folgenden Grund ich wollte die Klinisstraße ich wollte die Klinisstraße mal von mir loswerden nochmal Crash-Hilfe geht auch nicht boah die Klinisstraße ich war aber ganz knapp hier ich bin mir direkt auch weiterfahren und äh der Grund dafür warum wir hier jetzt grad so grubig waren ja alles klar hier Leute ja ich hab's heute ein bisschen ein bisschen einig hier schaffen wir das so lang vielleicht ein bisschen laxer kratzt aber ist halt so ne ja also es gibt auch Folgen denen ich anständig fahre die Leute unermischt dieser Folgen Kurfürstenplatz ähm genau außerdem angekündigt wurde eben ein Teil einer neuen Linie so sind einige Kurzläufer davon und schaden Linie 12 vom Schaltplatz bis zur Ackermann Schleife ich weiß nicht wo die sonst hinfährt auf jeden Fall ein bisschen weiter mhm das ist eben im Prinzip genau der Linienfall auf dem wir jetzt in dieser Folge anpeilen zu fahren nur dass wir eben noch nicht mit der Ackermann Schleife kommen weil äh das ist das Stück eben noch nicht gebaut ist aber hier vom Schaltplatz runter ist eben schon gebaut dann sehen wir gleich da unten am Kurfürstenplatz und da fahren wir dann nach rechts ich hoffe das klappt alles soweit mhm genau mit der mit der anderen Linie die zum betrulligen Pferd kommt wir von da unten und fahren dann wieder drüben auch da nach rechts und von der Geschnitte hat man weiß nicht nach rechts aber wenn man die Linie 12 eben fährt schon die gab's aber eben vorher hier im Simulator nicht jetzt muss ich nochmal kurz die Weiche stellen wo ist sie denn der Einzelkontakt klappt das? ja klappt Perfekt ok Perfekt ok können wir jetzt hier nämlich springen und haben die Weiche jetzt schön umgestellt mhm nach rechts normalerweise würden wir mit der 27 oder 28 die 27, die kommt von der rechts äh würden wir gerade ausfahren wir werden jetzt die 28 auf abwägen ähm weil wir eben schon mal die Linie 12 erkunden wollen sozusagen mhm genau jetzt werden wir tatsächlich oha das ist nämlich auch schon ein Ding wir haben ja immer wenn wir auf der Linie 27 gefahren sind fahren wir immer da rechts auf am Kurfürstenplatz vorbei und fahren dann eben die Kurve um dann hier am Kurfürstenplatz zu halten dann hat der Kurfürstenplatz da drüben endlich mal einen Sinn wenn wir die Linie 12 haben wir werden das gleich sehen weil wenn wir hier rechts abbieben können wir ja da vorne nicht halten weil wir ihn jetzt hier rechts abheben äh ne nicht in diese Richtung hallo genau da drüben ist nämlich so ein Ding und hier auch da halten nämlich die Züge der Linie 12 da vermutlich kann ich einfach mal gucken ja Tram 12 zum Romanplatz fährt die normalerweise Ackermannbogen äh heißt das für die Busse wahrscheinlich genau die Linie 950 die wäre bis zum Ackermannbogen der Bus wir sind aber kein Bus für den Straßenbahn genau da fahren wir eben hier weiter mhm die Linie 27 kann dann legen wir nach rechts zum P2 Ring und wir sind die 12 wir würden dann weiter gerade ausfahren da ist es eben noch nicht weiter gebaut das kommt dann eben ähm ich glaube ein kleiner Teil vom Nordbad also das Nordbad kennen wir ja schon und das die Station haben wir nicht also da sind wir ja schon mal äh da halten wir auch mit der Linie 27 schon das wollte ich dann damit ausdrücken da waren wir gut gestammelt hier mhm aber ich glaube da kommt ein kleiner Teil noch dazu weil wir hatten an einer anderen Haltestelle im Nordbad mhm genau und dann kommt eben noch die Barbarastraße und dann kommt die Infanteriestraße und dann kommt eben die Ackermannscheife wo wir dann eben wieder um die Kurve zurückfahren wieder über die Infanteriestraße und die Barbarastraße wieder zum Nordbad das ist eben so das Ganze und was natürlich auch ein großer Vorteil ist dass wir eben zum einen mehr Linien haben zu fahren und zum anderen noch mehr KI-Verkehr vor allem hier im hinteren Bereich noch weil vorne Richtung Karlsplatz haben wir ja die 27, 28 die sind schon relativ los durch die zwei Linien weil das relativ los schaden würde mehr KI-Verkehr ist auch nicht ähm aber hier hinten fährt dann immer nur eine Linie und deswegen macht die Linie 12 da schon ordentlich nochmal was her da ist die 27.30 zum Betonring übrigens die Leute werden sich jetzt fragen warum die 28.30 zum letzten Linie ein Tor fährt falsch abgewogen guck's an da ne wir sind ja mit voll 80 zugefahren ey was denn hier für ein Stop and Go Leute da vorne kommt das Nordbad glaube ich das war knapp Elisabeth Platz ne Leute Elisabeth Platz ist nicht Elisabeth Platz ist hier nicht da ist der Weichenkontakt da ist der Weichenkontakt da ist der Weichenkontakt ne geht nicht äh ich muss das mal ausstellen wieder so genau also wir sind jetzt gezwungen eben hier nach rechts zu fahren ich weiß gar nicht wie grün weil es mir relativ egal gerade und halten dann hier eben am Nordbad ähm und sonst würden wir eben hier weiter gerade ausfahren und hier am Nordbad halten also wir können jetzt leider nicht weiter ah genau und das hier ah das ist ja die Gegenhaltsstelle nein da fahren wir ja sonst auch immer nur durch mit der Linie 27 weil wir ja 27er schon da vorne halten am Nordbad glaube ich stimmt das? ne stimmt gar nicht das ist ja Lüge die 27er hält auch hier vorne oder? du kannst ja kurz auf den Schildern gucken wir können nicht auf den Schildern gucken wir können nicht auf den Schildern gucken hier ist gar kein Bus äh gar keine gar keine Tram ok das ist interessant ähm ja kann weiß ich nicht werden wir dann sehen wenn das DLC äh das DLC wenn die Erweiterung äh raus ist ich frage ich jetzt nur gerade für was das für die für was die Gruppe ist ähm ob es da auch irgendwie eine echte Linie gibt aber gut werden die Leute hier aus München schon wissen ne ähm genau dann würde ich sagen das war's wir halten ja mal mitten auf der Kreuz im Moment in der Folge mal hier und dann würde ich sagen wir haben alles gesehen von der Linie 12 was es bisher gibt und werden dann wenn die raus kommen natürlich das ganze nochmal abfahren bis dahin und dann übrigens auch wahnsinnig und ciao das war's jetzt wird in der Goten die an also das ist